Ich bin ja vorhin noch auf ein interessantes Thema oder hoffentlich interessantes Thema gestoßen, nämlich Kirchen verbreiten Fake News. Und Fake News ist ja seit einiger Zeit ein wichtiger Begriff, weil den Leuten langsam auffällt, wie viel Blödsinn eigentlich verbreitet wird. Oft und gerne auf sozialen Medien. Aber leider noch immer viel zu oft auch in dem, was man so als seriöse Medien wahrnimmt. Und typisch für Fake News ist aus meiner Sicht immer, dass es Geschichten sind, die plausibel klingen, wenn man eine bestimmte Auffassung hat. Und vielleicht mal als Beispiel, ich habe mich natürlich gefragt, habe ich vielleicht auch schon so Fake News weiter verbreitet? Ich bilde mir ja einen relativ guten Bullshit-Detektor zu haben. Und bei Facebook, wenn ich jetzt irgendwo eine bemerkenswerte Meldung sehe, dann gucke ich und es gibt so oft auch Seiten, wie Snopes.com oder hier Mimikama, die solche Sachen dann prüfen und dann sagen, okay, das ist Blödsinn oder das stimmt tatsächlich. Das Einzige, woran ich mich erinnert habe, also was jetzt so, sagen wir mal, atheistische Fake News sein könnten, Es gibt immer wieder so Geschichten von afrikanischen Predigern, die übers Wasser gehen wollen und dabei entweder ertrinken oder von Krokodilen gefressen werden. Und das sind auch solche Geschichten, aber das passt halt schön so, sagen wir mal, in unser Weltbild rein. Es gibt irgendwelche schwachsinnigen Prediger und die wollen sich groß hervortun und dann ereilt sie das verdiente Ende. Und das klingt für uns vielleicht plausibel, weil man ja weiß, es gibt immer irgendeinen schwachsinnigen christlichen Fanatiker, der glaubt, er kann, was soll ich, so Schlangen aufheben. Die Leute gibt es ja wirklich. Also es ist irgendwie plausibel, insbesondere wenn man schon so eine gewisse Voreingenommenheit an den Tag legt. Man kann dann trotzdem bei solchen Geschichten, die auch dann so einen gewissen Unterhaltungswert haben, mal kurz recherchieren. Dann merkt man halt, das stimmt nicht. Und ich erinnere mich nicht daran, ob ich solche Geschichten mal weitergegeben habe oder nicht. Mittlerweile weiß ich eben diese Art von Geschichten. Das sind auch Fake News und das wären halt welche, die würden jetzt wahrscheinlich weniger Christen verbreiten, als mehr so religionskritische Menschen. Jetzt habe ich vorhin auf dem Atheist-Media-Blog eine Meldung gesehen, dass in Irland, in irischen Altersheimen, eine Gebühr für den Gottesdienst verlangt wird. Da werden also die alten Katholiken ausgebeutet. Sie müssen also dafür bezahlen, dass sie in den Gottesdienst müssen. Und ich habe hier mal die Meldung, durch die ich darauf gestoßen war, bei IDEA. Dort hieß die Überschrift Gottesdienstgebühr in irischen Altersheimen. Radio Vatikan hatte gemeldet, Irland Eintrittszahlen für den Gottesdienst und Domradio meldete Glauben älterer Menschen ausgenutzt. Also das sind eben keine, sagen wir mal, Internet- oder Facebook-Meme, sondern das sind Nachrichtenagenturen, wo ich eine gewisse Professionalität erwarten würde. Bei IDEA muss ich mittlerweile sagen, mit Abstrichen. Aber also jetzt nicht was völlig Fringemäßiges, also nicht so völlige Randerscheinungen. Mir fällt gerade keine Webseite, also früher hatten wir Kreuznet oder so. Also es gibt so Webseiten, da weiß man von vornherein, dass das nicht den Stand hat wie Radio Vatikan oder sowas. Radio Vatikan hat also gemeldet, für Bewohner privater Altersheime in Irland kann der Messbesuch teuer werden. Bis zu 25 Euro müssen sie nach Angaben der Agentur Katpress mitunter. Also wie gesagt, das ist eine katholische Nachrichtenagentur. Also die anderen Agenturen da beschickt oder in den richtigen Nachrichtenredaktionen reinmeldet. Also, Katpress hat mitgeteilt mitunter für den Gottesdienstbesuch Salem. Dublins Stadtrat Christy Burke veröffentlichte dementsprechende Berichte, nachdem Angehörige von Heimbewohnern sich bei ihm beschwert hätten. Mit der Kirche waren die Gebühren offenbar nicht abgesprochen. Burke kritisiert, dass die Altersheime sich damit persönlich bereichern wollten. Bereits zuvor hatte es in Irland eine Debatte über Extrakosten in Seniorenheimen gegeben. Pro Woche mussten die Bewohner bis zu 120 Euro für Ausflüge, Gesundheitspflege oder soziale Aktivitäten zahlen. Zudem fehle es an Transparenz über die zusätzlichen Kosten. Ja, gut. Erstmal könnte man sagen, Empörung aus Deutschland erscheint hier unangebracht. Denn in Deutschland müssen die Leute nicht erst im hohen Alter zahlen, sondern die werden als Säugling gleich vereinnahmt für die Kirche und müssen dann Kirchensteuer zahlen, auch wenn sie selber gar nicht eingetreten sind oder eben rechtzeitig austreten. Aber es kam mir jetzt doch etwas seltsam vor, weil es doch für private Altersheime mir etwas merkwürdig vorkam und wer hätte schon Lust für einen Gottesdienst 25 Euro zahlen. Also es ist eine, aus meiner Sicht ganz klar Fake News und diese christlichen Agenturen Radio Vatikan, Cutpress und IDEA gehen hier diesem Christy Burke, es handelt sich um einen Mann, auf den Leim. Christy Burke habe ich bei Wikipedia gesehen, war früher auch IAA-Sympathisant, also aus meiner Sicht eine etwas dubiose Figur, soweit ich das beurteilen kann. Wie sieht es jetzt tatsächlich aus? Es hat also eine ganz banale Erklärung. In Irland gibt es so einen Katalog von Grundleistungen für Altersheime und da zahlt der Staat und der alte Mensch, der in dem Heim wohnt, der muss nach seinem Einkommen entsprechend was bezahlen und der Rest wird durch den Staat aufgestockt. So, und dann muss natürlich staatlich festgelegt werden, was sind die Leistungen, die da zu zählen. So, und die Altersheime, die sind wahrscheinlich relativ spärlich, kann man sich vorstellen, weil das ja der Staat bezahlt und wenn du das für alle bezahlst, dann kannst du halt nicht zu großzügig sein. So, die Altersheime berechnen dann Leistungen, die nicht in diesem Grundkatalog beinhaltet sind, extra und das erfolgt folgendermaßen. Wenn du in dem Altersheim einziehst, dann schließt da halt einen Vertrag und da ist einmal dieses Grundding, was durch den Staat letztlich abgedeckt oder aufgestockt wird und dann gibt es eine Pauschale für alle anderen Zusatzangebote, also Freizeitangebote, Ausflüge, was weiß ich. Und das weißt du und diese Gebühr muss offenbar auch jeder zahlen. Also das heißt, du wirst nicht plötzlich damit konfrontiert, du wirst irgendwie in deinem Seniorenheim in den Gottesdienst gehen, da hält einer an der Tür die Hand auf und lässt die nicht rein, wenn du keine 20 Euro bezahlst, sondern das ist eine Pauschale, die alle möglichen Aktivitäten, die das Altersheim anbietet und die halt nicht von dieser staatlichen Grundleistung abgedeckt sind, die dafür bezahlst. Und da sind halt diese Gottesdienste wohl drin. Warum? Weil die nicht vom Staat, die Kosten dafür nicht abgedeckt werden. So, das wissen die Leute auch vorher. So, und für jemanden, der jetzt keine andere Leistung nutzt, außer dem Gottesdienst, für den mag das vielleicht so aussehen, aber der braucht ja dann nicht in dieses Heim zu gehen. Das Thema, was da diskutiert wird, was wir jetzt aber nicht zu diskutieren brauchen, das ist natürlich, dass diese zusätzlichen Kosten es dann wieder einigen möglichen Leuten verunmöglichen, in das Heim ihrer Wahl zu gehen. Aber das ist dann nun mal so. Umgekehrt, wenn sich alle auf den kleinsten Nenner einigen müssten bei den Altersheimen, damit jeder in jedes Heim kann, dann könnte ja jemand, der bereit wäre, etwas mehr zu bezahlen für mehr Angebote, könnte ja auch nicht in das Heim seiner Wahl gehen, weil die das nicht anbieten könnten. Und also dieser Punkt, dass es diese Extrapauschale gibt für allen möglichen Kram und dass da irgendwie offensichtlich der Gottesdienst mit in Verbindung gebracht wird, vielleicht auch nur, weil der nicht in diesem staatlichen Leistungskatalog drin ist, der wird jetzt so dargestellt, als würden da die alten Leute, als würde da Eintrittsgebühr für den Gottesdienst verlangen. Also das heißt ja hier in einer Schlagzeile tatsächlich oder im Zweien hier, einmal bei IDEA, einmal bei Radio Vatikan, Gottesdienstgebühr oder Eintrittsgebühr. Das ist eine völlig verzerrte Darstellung und ich bin ja zahlender IDEA-Abonnent, habe den auch geschrieben in dem Kommentar unter dem Artikel. Ich erwarte eigentlich als zahlender Abonnent, dass ich verlässliche Informationen kriege von so einer Agentur und nicht den Kram immer selber recherchieren muss, wenn da irgendwelche spektakulären Nachrichten kommen. Und ich habe dann eben festgestellt, auch Radio Vatikan, Domradio und so weiter oder Cutpress, die verbreiten das. Und das ist aus meiner Sicht ganz klar Fake News, aber es sind eben Fake News. Es ist immer leichter, das mache ich ja jetzt im Grunde auch, die Fake News bei der ideologischen Gegenseite sozusagen zu erkennen. Aber gut, wenn wir jetzt als Kötzer-Podcast oder als Atheisten Fake News propagieren, wir hatten ja letztes Mal Kutscherer sozusagen, auf dessen Seite sind wir jetzt auch nicht, aber der steht uns ja sozusagen immer noch irgendwie näher als die Kirche, dann weisen wir eben auch darauf hin. Und das fand ich also wirklich schade, dass also hier eigentlich professionelle Agenturen sich nicht zu schade sind, hier so aufgebauschte Meldungen einfach so weiter zu verbreiten, wenn gleichzeitig doch mittlerweile bekannt ist, wie problematisch das ist, wenn diese Art von Fake News verbreitet wird. Was meint ihr dazu? Gottesdienst war nie umsonst. Ich meine, Tempelbesuche und so weiter, das hatte früher schon mal allein den Zweck, die Priesterschaft da zu finanzieren. Und ich meine, in Deutschland finanzieren die sich über den Klingelbeutel mehr. Und das hat dafür gesorgt, dass die Kirchen völlig zahnlose Tiger geworden sind, weil sie nicht mehr wissen, wie man Geld reinholt. Aber in Amerika ist es ganz klar, dass die Gottesdienste eben dazu dienen, dass man eben die hohen Priester da mit Geld versorgt und deren Leben dann ermöglicht. Also hier Einspruch, die Kirchen wissen sehr, sehr gut, wie man das Geld kriegt. Nur die brauchen dazu kein Kirchenvolk mehr. Die haben ja so viele Geldanlagen und Ländereien und Immobilien. Die brauchen keine Gemeinde mehr, um das Geld zu kriegen. Die können ohne Gemeinde weiterarbeiten. Ursprünglich waren ja eben Gottesdienste die Hauptfinanzierungsquelle für die Kirchen. Und genauso wie diese ganzen Tempelopferungen, die man eben in verschiedenen heiligen Schriften hat, da sieht man durch, dass es immer ganz, ganz wichtig ist, dass die was zu essen mitbringen, und zwar was ganz Leckeres, damit die hinterher was zu knabbern hatten dort. Und das heißt, klingt es plausibel, dass eine Gottesdienstgebühr irgendwo erlangt wird. Und man sieht es ja immer noch im ritualisierten Klingelbeutel, da rumgereicht wird, dass das irgendwas mit Geld zu tun hat. Also ich habe das ja auch hier in Singapur gesehen, im indischen Tempel. Also die Götter, die stehen alle auf Süßigkeiten. Du musst dir mal welche mitbringen für die Götter und da lassen. Und ja, gut, die haben komischerweise dieselben Essensvorlieben wie Menschen. Ist mir auch mal aufgefallen im Alten Testament. Vielleicht kommt ja Herr Nautos nachher noch dazu, der schreibt irgendwas für das Alte Testament. Da ist ja immer die Rede von diesen Opfern. Du musst ja dann immer Tauben oder Tiere oder Böcke und sowas opfern. Und wenn man sich die Mühe macht, um mal tatsächlich diese Opfervorschriften zu lesen, was natürlich wahrscheinlich wieder fast niemand macht, so wie Christian das sagte bei der Predigt, hört auch keiner zu, dann stellt sich heraus, ja, das Fett, das muss verbrannt werden. Aber das Fleisch, das kriegen die Priester. Weil es ein Brandopfer. Genau. Die Auguren haben wir auch in den Eingeweiden gelesen und nicht etwa im leckeren Fleisch. Okay, also ich sage ja immer Christentum, Fake News seit Anno Domini 1. Ich werde das mal weiter verfolgen, was dort so verbreitet wird. Also es ist mir schon mehrfach aufgefallen. Ich bin ja einmal sogar, das fand ich ja schon wirklich erniedrigend, bei Facebook habe ich Frau Käßmann verteidigt. Denn Frau Käßmann hatte doch auf dem Kirchentag irgendwas gesagt. Das war gegen die AfD gemünzt. Und es wurde dann dargestellt, auch bei IDEA, da hatte ich mich schon mal bei denen beschwert, als hätte sie gesagt, wer vier deutsche Großeltern, also zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern, der sei ein Nazi ihrer Meinung nach. Und diese Behauptung, das ist wieder sowas, das habe ich schon bei Cochera gesagt, das habe ich vorhin schon angedeutet. Es gibt einfach Meldungen, die sind so absurd oder schwachsinnig, dass man, bevor man sie weitergibt, und zwar gerade als professionelle Nachrichtenagentur, eine Idee, dass man genau gucken muss, kann man das so stehen lassen oder ist das übertrieben? Und Frau Käßmann hatte natürlich nichts sagen wollen, sie hat ja selber vier deutsche Großeltern, dass jeder Nazi ist, der vier deutsche Großeltern hat, sondern sie hatte sich auf den Blogpost von einem AfD-Mitglied oder Politiker bezogen, der diese Formulierung mit den zwei deutschen Eltern und vier deutschen Großeltern benutzt hatte. Und dann hatte sie gesagt, im Hinblick auf diese Formulierung, zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern, da weiß man, woher der braune Wind weht. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, wenn ich so einen Blogpost sehen würde, ich glaube, der Blogpost hat ursprünglich sogar noch mit Sieg Heil geendet, wenn ich mich richtig erinnere. Und da muss ich sagen, wenn sie dann sagt, zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern, da weiß man, woher der braune Wind weht. Ja, da muss ich selbst Frau Käßmann recht geben, das kann man sagen. Muss man vielleicht nicht, aber kann man sagen. Und das dann so wiederzugeben, als hätte Frau Käßmann, also Frau Käßmann sagt sicher viel Absurdes, deswegen scheint das da vielleicht eher glaubwürdig, als wenn es jemand anders zugeschrieben würde. Aber da wurde auch von unserer, es gibt ja auch so Leute, es gibt, das finde ich auch so ein bisschen unappetitlich, ich mache ja auch gerne auch Derbe-Spaße, beispielsweise Bischof Ackermann, aber es gibt so Attacken in sozialen Medien, speziell auf Claudia Roth und das ging dann hier bei Käßmann auch so in die Richtung. Und da muss ich sagen, also bei Claudia Roth weiß ich es nicht, aber es gibt sicher genug vernünftige Argumente, mit der man Käßmann attackieren kann. Da braucht man sich nicht noch irgendwelchen Schwachsinn aus den Fingern zu saugen. Aber da war Idee ja auch dabei. Da wird also immer Fake News, das war das, was ich vorhin sagte, wird bei den anderen beklagt, aber selber scheint man da gar keine Konsequenzen draus zu ziehen. Mal sehen, wie lange das noch so weitergeht. So viel dazu. Ja, das bist du rausgekommen, hast dich geoutet als Käßmann-Fan. Nicht als Fan. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe das Buch gelesen hier mit der Bibel. Das war eine Herausforderung, also als Lesestuntman. Hast du das auch wieder deinem Mitskippern vorgelesen, so, oh scheiße, jetzt müssen wir zwei Stunden warten bis zum Tanken. Aber kein Problem, ich lese euch was vor aus meinem Buch hier. Nee, da hätte ich ja keine Muße. Das ist ja viel zu kompliziert. Also das ginge gar nicht. Außerdem, ich glaube nicht, dass ich jemandem ein Buch von Käßmann vorlesen würde. So viel Anstand habe ich. Gut, aber es gibt ja noch andere Bücher. Denn wir kommen zur Buchbesprechung. Liebe Ketzer-Gemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de. 3 4 4 4